Oh mein Gott, was ist das denn? Es ist ein Elektroscooter. Wie geht das denn? Ganz einfach, man kann ihn auseinanderfalten mit nur einem Handgriff. Oder zwei. Schon ist der Einsatz bereit. Das ist ja toll. Und das geht auch genauso einfach wieder zusammen? Selbstverständlich, schauen Sie zu. Zack. Und das Beste ist, sogar in diesem Zustand können Sie immer noch die Lenkung bedienen. So bleibt er manövrierfähig. Mit nur 23 Kilogramm ist er rückenfreundlich leicht und passt in jedes Verkehrsmittel. Hat auch Gepäckmaße fürs Flugzeug. Und den gibt es bei Terraske. So ist es.